Hallo und moin moin zu diesem kleinen Auftragsgrad für New Pokémon Snap. Heute zeige ich euch den Auftrag Bitte Lächeln. Diesen Auftrag müsst ihr am rosa Strand am Tag erledigen. Ich habe es hier auf Level 3 gemacht. Hier müsst ihr zu dem Kuckowai, das euch den Weg blockiert. Hier links von euch befinden sich drei Lubellas. Wenn ihr jetzt die Umgebung scannt, so werden sie kurz innehalten, euch angucken und lächeln. Diesen Moment könnt ihr fotografieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch vorher die Pokéflöte spielen, damit die restlichen Lubeller aus dem Busch rauskommen und ihr gleich alle fünf auf einmal fotografieren könnt, während sie lächeln. Dieses Foto müsst ihr am Ende beim Professor auswählen und abgeben, um den Auftrag abzuschließen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschö-mü-dü.